Oh, das habe ich immer noch nie herausgefunden. Ich habe ganz viele kleine Talente, und ich habe klein vor allem, aber zu der wirklichen Spitze hat es mir noch nie gedacht, dass ich eines habe, das herausragt. Also ich bin ein Allround-Talent, das ist wahrscheinlich mein grösster Talent. Ich hätte gerne das Talent, gesanglich die Töne, die ich im Kopf habe, auch genau so akustisch von mir selber zu hören, wie ich sie mir vorstelle. Aber das ist komischerweise etwas, was so eine Mariah Carey vielleicht hat, oder eine Whitney Houston hätte können, dass sie die Töne, die sie visuell anpeilen, im Kopf, dass sie dann auch akustisch genau so geschossen kommen. Das wäre ein Talent, das ich gerne hätte.